Heute geht es darum, was du tun musst, bevor du ein großes Problem löst. Quasi der aller allererste Schritt. Ich bin Stefanie Voss, du bist auf meinem Videokanal gelandet und ich freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst und hier jede Woche vorbeischaust. Hier gibt es nämlich jede Woche ein neues Video. Wenn du ein großes Problem vor dir hast, dann kannst du das meistens nicht direkt alleine lösen, sondern du brauchst vielleicht ein paar Mitstreiter und das vergessen wir manchmal. Wir laufen manchmal direkt los in Richtung Problemlösung. Ich habe vor einigen Jahren mir mal ein Zitat aufgeschrieben. Ich saß live dabei, als dieses Zitat gesprochen wurde. Es hat mich sehr, sehr beeindruckt und das war der frühere belgische Ministerpräsident Eiskens, der das gesagt hat. Der hat gesagt, national governments are too big for the small problems and too small for the big problems. Also nationale Regierungen sind zu groß für die kleinen Probleme und zu klein für die großen Probleme. Und was heißt das in Bezug auf unser heutiges Thema? Na ja, du musst dir überlegen, wen brauche ich eigentlich alles, um ein Problem wirklich zu lösen? Welche Mannschaft, welche Mitspieler, welche Allianzen brauche ich eigentlich? Ich erlebe immer wieder Menschen, die loslaufen in Richtung der Lösung und dann irgendwann erst feststellen, ach ja, also da hätte ich ja vielleicht besser am Anfang nochmal den gefragt und den gefragt und den mitgenommen und den ins Boot geholt. Und dann sind sie aber irgendwie schon fünf Schritte weiter und dann wird es schwierig, die anderen noch so zu integrieren. Und deswegen meine Inspiration heute für dich, wie groß ist dein Problem und wie groß sollte die Mannschaft sein, die mit dir gemeinschaftlich dieses Problem idealerweise schnell und effizient lösen kann? Und diesen Gedanken zu denken und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, bevor du in Richtung der Lösung losmarschierst, ja, das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Wie groß ist dein Problem? Wie groß oder klein sollte die Mannschaft sein, die Kameraden sein, die Allianzen sein, die du brauchst, um dieses Problem effizient zu lösen? Ich bin Stefanie Voss, Vortragsrednerin, Workshop-Moderatorin und Business-Coach. Und ja, manchmal habe ich tatsächlich so wunderbare Momente in meiner Arbeit, wo mir ein ehemaliger Ministerpräsident gegenüber sitzt und ich seinen Worten lauschen darf. Und das war ein sehr besonderer Moment, den ich immer in Erinnerung behalten werde, von dem ich hier heute in diesem Video erzählt habe. Bei mir geht es häufig auch ums Segeln, denn ich bin auch Weltumseglerin und deswegen heißt es hier immer an dieser Stelle, halte das Steuer für dich fest in der Hand. Das macht dich zum Leader on my Ship. Bis bald. Bis bald.